Jesus größer als Salomo Offenbarung 3 Vers 12 Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott, und meinen neuen Namen. In der johannäischen Salomo-Typologie geht es vornehmlich um das Jerusalemer Tempelgebäude. In das Grundschema des Johannes-Evangeliums und der Offenbarung passen allerdings alle Details der salomonischen Regentschaft hinein. Wir beginnen mit der Beschreibung der Herrschaft Salomos im Allgemeinen und vergleichen sie damit, wie Johannes den Herrn Jesus schildert. Hierbei wird Salomos Weisheit berücksichtigt, welche die Königin von Saba vor allem in der Art des Jerusalemer Tempelbaus erkannte. Als Adonia versuchte, den Thron Davids widerrechtlich an sich zu reißen, wurde Salomo zum Regenten Israels gesalbt. 1. Könige 1,11 Da sagte Nathan zu Bathseba, der Mutter Salomos, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Hagid, König geworden ist? Und unser Herr David hat nichts davon erkannt. Ebenso wie Salomos Bruder den Thron Davids zu usurpieren suchte, stellte Jesus früh fest, dass ihn die religiösen Führer des Zweiten Tempels ablehnten, obwohl er der rechtmäßige Nachfolger und die Wurzel und das Geschlecht Davids war. Johannes 7,42 Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Matthäus 21,38 Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, Dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Offenbarung 5,5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Offenbarung 22,16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Auf Anweisung des Propheten Nathan ritt Salomo auf einem Esel in Jerusalem ein und wurde vom Volk gepriesen. Auf diese Weise nahm er den irdischen Thron Davids in Besitz. 1. Könige 1,38-40 So zogen der Priester Tzadok und der Prophet Nathan und Benaja der Sohn Jojadas und die Kreter und Pläter hinab und ließen Salomo auf der Mauleselin des Königs David reiten und führten ihn zum Gehon. 2. Und der Prophet Tzadok holte das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo, und sie stießen ins Horn. 3. Und alles Volk sprach, es lebe der König Salomo. 4. Und alles Volk zog hinauf hinter ihm her, und das Volk blies auf Flöten, und sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. 5. Obwohl ihn die Pseudongeistlichkeit Jerusalems ablehnte, ritt Jesus unter dem Beifall der Menschen auf einem Esel in Jerusalem ein. Dies geschah, obgleich er nur ein Kind war, das zum himmlischen Thron Gottes geraubt werden sollte. 6. Jesus tat es nach der Art eines Regenten, weil es die biblischen Propheten so verlangt hatten. 7. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll, mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. 7. Johannes 12, Vers 12 Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien, 8. Hosanna, gepriesen sei der, der kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. 8. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. 9. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. 10. Obwohl Salomo von sich selbst dachte, ein kleiner Jüngling, ein Kind, auf dem Thron zu sein, bat er Gott den Herrn im Gebet darum, ein weises Herz zu bekommen, um das, da war Übersetzung schwere, Volk Gottes richten zu können. 10. Dem Herrn gefiel sein Gebet, und er gab ihm nicht nur Weisheit, sondern auch Reichtum und Ehre. 11. Erster Könige 3, die Verse 12 und 13 Siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. 12. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, sodass es unter dem Königen keinen wie dich geben wird, all deine Tage. 12. Salomo hatte um Weisheit gebeten, und ihm wurde Weisheit, Reichtum und Kraft zuteil. 13. Jesus gab den Geist der Weisheit an seine Erwählten. 14. Dem Sohn Gottes gebührt Vermögen, Reichtum, Weisheit, Stärke, Wertschätzung, Herrlichkeit und Segen. 15. Johannes 20, 22 Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen. 15. Empfanget, Heiligen Geist! Offenbarung 5, Vers 12 Die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Die sprichwörtliche Weisheit Salomus ist durch ein Urteil bekannt geworden, dass er zwischen zwei Frauen fällte. Seine große Weisheit bestand darin, in einem Rechtsstreit dieser Huren herauszufinden, welche von ihnen die tatsächliche Mutter eines lebendigen Babys war. Es sollte beachtet werden, dass beide Frauen Huren waren, nicht nur die Lügnerin, deren eigenes Kind gestorben war. 1. Könige, Kapitel 3, Vers 25-28 Und der König sprach, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn der lebende war, zum König, denn ihr Innerstes wurde erregt wegen ihres Sohnes. Sie sagte also, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht. Jene aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Da antwortete der König und sprach, gebt der Ersten das lebende Kindchen und tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte. Und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, rechtes Gericht zu halten. Salomos' Weisheit fand zwischen den beiden Huren die wahre Mutter des lebenden Kindes heraus und er gab ihr ihren Sohn zurück. Jesus Christus bewirkte in der prophetischen Erfüllung dieses Geschehens unvergleichlich mehr. Er führt die Hure aus Babylon heraus und erneuert ihre Reinheit. Jesus macht sie zu seiner Braut, das heißt zur neuen Stadt Jerusalem und wahren Mutter aller lebenden Söhne der Verheißung. Derjenige, der größer als Salomo ist, gibt der prophetischen Vollerfüllung Rahabs Gnade, indem er sie von den Isabel-Hurareien Babylons befreit. Wie Offenbarung 2, die Verse 20 bis 23 zeigt, sind hingegen Babylons Söhne dazu bestimmt, zu sterben. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einen jeden nach euren Werken geben. Augustinus interpretierte das Gericht zwischen den beiden Huren in 1. Könige 3 als ein Bild des Gerichts Jesu zwischen der Synagoge und der Kirche. Hinsichtlich 1. Könige 3, Vers 19, wo es heißt, dass die lügende Frau ihr Kind im Schlaf erdrückte, schrieb er, die Synagoge ist schuldig, weil sie Christus, ihren Sohn, der als Jude gemäß Fleisch geboren wurde, im Schlaf getötet hat. Dies bedeutet, dem Licht des gegenwärtigen Lebens zu folgen und die Offenbarung der Wahrheit in den Reden des Herrn abzulehnen. Diese Deutung stellt eine treffende Definition dafür dar, was es heißt, geistlich zu schlafen und dabei den Sohn Gottes zu töten. Der antichristliche Geist des Judentums ist eine in den Tod bringende Macht, denn sie lehnt das Leben in Jesus Christus ab. Der diabolische Geist wählt stattdessen den Anti-Sohn, das heißt, den Antichristus. Obwohl mit ihr inhaltlich eng verknüpft, muss die vorliegende Auslegung von der Deutung des Kirchenvaters unterschieden werden, denn Jesus war niemals ein Sohn der irdischen Stadt Jerusalem, denn er stammt zusammen mit seinen Gläubigen aus dem Bereich der himmlischen Jerusalem, die unser aller Mutter ist. Wie Galaterbrief Kapitel 4, 26 bezeugt. Wie aus Römer 7, 1-4 hervorgeht, kennen die Juden lediglich den von ihnen auf Golgatha getöteten Mann des Gesetzes, also Yahweh. Ihnen ist der auferstandene, ganz andere Mann der Gnade, also Jesus, unbekannt. Aus diesem Grund werden sie den Antichristus als ihren Messias in Empfang nehmen. Denn er nimmt die Rolle des vermeintlichen Sohns ein, also den Platz des in Wirklichkeit nicht mehr existierenden Toten in seinem Totentempel auf dem Jerusalemer Tempelberg. Die prophetische Vollerfüllung der zu Braut gewandelten Rahab sind die 144.000, also die neue Stadt Jerusalem, welche den männlichen Sohn opfert, indem sie ihn in den Händen der alten, irdischen Jerusalem, d.h. im Bereich der Isabelhure, belässt, und die Flucht vor dem herannahenden Feind antritt. Dies wird bei Salomo darin dargestellt, dass die tatsächliche Mutter auf ihr Kind verzichtete, damit es am Leben blieb. Der Salomo Christus entrückt aber diesen endzeitlichen Teil der umstrittenen Petrus-Linie seiner Gemeinde, den männlichen Sohn, sodass die Lüge der Jerusalem-Hure ihn letztlich doch nicht behalten kann, denn Salomo sprach den lebenden Sohn der tatsächlichen Mutter zu. Die Lügnerin ging leer aus. Der Drache bekommt den Sohn ebenfalls nicht zu fassen. Es ist also sehr wichtig, zwischen den beiden Huren der Isabel-Babylon-Jerusalem und der wahren Rachab zu unterscheiden. Die in der Babylon-Stadt, also Jerusalem, verbleibenden Kinder wird Jesus mit dem Tod umbringen. Die irdische Jerusalem des Gesetzes verliert also nicht nur den von ihr begehrten Sohn, sondern auch ihre eigene Kinder. Die aus ihrem Hurenwesen herausgerufene Rachab wird hingegen in die neue Jerusalem, d.h. in die Braut des Lammes verwandelt werden. Die himmlische Stadt der Gnade behält ihre lebenden Söhne der Verheißung. Als der wesenhafte lebende Tempel Gottes bleibt der Herr in ihr. Jesus, der durch seine Gemeinde vervollständigte Sohn, ist also das Gegenteil des toten Antisohns, der gesetzlichen jüdischen Fälscherin. Salomos Weisheit übertraf die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit Ägyptens. Er verfasste 3000 Sinsprüche und dichtete 1005 Lieder. 1. Könige, Kapitel 5, die Verse 10-12 Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan und der Esrachita und Heman und Chalkol und Dada, die Söhne Macholz. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Und er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Jesus ist unvergleichlich größer als Salomo, denn das Volk Israel war über ihn überaus erstaunt. Seine Weisheit übertrifft die Weisheit aller Menschenkinder. Niemals sprach ein Mensch so wie er. Jesus gibt den Tausenden von Myriaden, die seinen Herrlichkeitsthron umgeben, ein neues Lied. Johannes, Kapitel 7, 46 Die Diener antworteten, Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 9-12 Und sie singen ein neues Lied und sagen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn Du bist geschlachtet worden und hast durch Dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Offenbarung 15, Vers 3 Und sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, Groß und wunderbar sind Deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, Gerecht und wahrhaftig sind Deine Wege, König der Nationen. Da Salomo Jerusalem erneuerte, war die Zeder, wegen ihres großen Vorkommens, eine so gewöhnliche Pflanze wie der Maulbeerfeigenbaum und das Silber wurde damals so wenig geachtet wie Stein. 1. Könige 10, 27 Und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und die Zedern machte er an Menge den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in den Niederungen wachsen. Jesus baut die neue Stadt Jerusalem, er pflanzt an ihren Flüssen Bäume des Lebens und ihre Straßen bestehen aus Gold. 2. Offenbarung 21, Vers 21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle und die Straßen der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. 2. Offenbarung 22, Vers 2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Früchte gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. 3. Als die Regentin von Saba von Salomos Weisheit erfuhr, kam sie nach Jerusalem, um ihn zu prüfen. 4. Es verschlug ihr den Atem, als sie dort den neu errichteten Tempel sah. In allen Details nahm sie eine große göttliche Weisheit wahr. In den Beinen des Tisches Salomos, in den Sitzen seiner Diener, in der Anwesenheit seiner Wächter und ihren Gewändern, in seinen Mundschenken und in den Treppen, auf welchen Salomo zum Thron des Herrn hinaufstieg. 1. Könige 10, 4-6 In der Davarübersetzung Und die Regentin Schävas sah all die Weisheit Schölomos und das Haus, welches er gebaut, und die Speise seines Tisches und den Wohnsitz seiner Diener und den Standplatz seiner Amtenden und ihrer Bekleidung und seine Tränkenden und seinen Hinaufstieg, von welchem er hinaufstieg, zum Haus Javes. Und so nicht wurde in ihr noch Geistwind. Und sie sprach zu dem Regenten, als Wahrheit wurde das Wort befunden, welches ich in meinem Erdland gehört, über deine Worte und über deine Weisheit. Der Tempel Salomos, das Werk seiner Hände inmitten des Volkes, war wirklich großartig. Nichtsdestoweniger wusste der Regent, dass der Himmel und die Himmel der Himmel Gott nicht als Gefäß fassen können. 1. Könige 8, 27 Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Die Weisheit Jesu baut einen neuen Himmel für Gott, damit er in ihm verweilen kann. Da war Übersetzung Anmerkung. Zelten Und eine neue Erde, die keinen Tempel mehr für Gott benötigt, denn der Allmächtige und das Lamm, die wahre Shechina, sind der Tempel. Anmerkung Der Begriff Shechina entstammt nicht dem Wort Gottes, sondern der diabolischen jüdischen Kabbalah. Nicht eine Shechina ist das Zelt Gottes und die Weisheit in Person, sondern Jesus Christus und sein Allmächtiger Geist, der ihn erfüllt. Siehe hierzu die diesbezügliche Erklärung im Artikel Die Trinität Gottes Offenbarung 21,22 Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herrgott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Salomo baute seinen Tempel mit dem feinsten Zedernholz des Libanon und Steinen aus den regentschaftlichen Steinbrüchen. Aber Jesus baut seinen Tempel in einer viel größeren Weisheit, indem er einfache Bäume und fehlerhafte Steine nutzt. Johannes 1,42 Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Für Warren Gage ist es unverständlich, warum der Sohn Gottes überhaupt jemals einen solch unvollkommenen Stein, da war Übersetzung felsiger, wie denn Petrus hätte nutzen sollen. Wirklich, die Weisheit Jesu ist größer als die des Salomo, denn der Herr sichert seinem gesamten Volk zu, am Tag der verherrlichten Gemeinschaft der himmlischen Stadt in glitzernde Edelsteine verwandelt zu werden. Nach seiner großen Arbeit beklagte Salomo die Nichtigkeit der Schöpfung, denn er konstatierte, dass es nichts ganz Neues unter der Sonne gibt. Aber der wahre Salomo antwortete ihm, Gewahre, ich mache alle Dinge neu. Prediger 1,3 Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abplagt unter der Sonne? Das, was war, ist das, was wieder sein wird, und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird, und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Offenbarung 21,5 Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, Siehe, ich mache alles Neue. Und er spricht Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Wer Prediger 1,9 für seinen Lieblingsspruch macht, schaut Prophetie durch die Scheuklappen des alten Bundes. Er hat das wirklich Neue des Gnadenbundes Jesu noch nicht erfasst, denn es überragt das Alte um Dimensionen. Er begreift nicht, dass der Herr in seiner Innovation größer ist als all seine Typen und dass für uns deshalb Prediger 1,9 obsolet geworden ist. Salomo setzte der Regentin des Südens einen großzügigen Tisch vor. Seine Weisheit zeigte sich in einem hervorragenden Mahl, das mit köstlicher Speise und erlesenen Dingen garniert war. Aber Jesus gibt seinem Volk von den Früchten der im Paradies Gottes wachsenden Lebensbäume und zum Trinken reicht er ihm vom kristallklaren Strom des Lebens. Offenbarung 2,7 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Offenbarung 22, die Verse 1 und 2 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Jesus sättigt sein Volk mit dem verborgenen Manna und den Strömen lebenden Wassers. Auf diese Weise werden sie nie wieder hungern und dürsten. Offenbarung 2, Vers 17 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Johannes 7, 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Offenbarung 7, Vers 16 Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Mit dem Brot auf seinem Tisch befriedigt Jesus jeden Bedarf, und der von ihm vorgesetzte Wein ist stets der Beste. Da war Übersetzung ideale. Johannes 6, Vers 11 Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Johannes 2, Vers 10 Und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. In seiner Weisheit ließ Salomo eine wunderbare Treppe bauen, die zum Tempel des Herrn führte und in ihrer Schönheit atemberaubend war. Aber Jesus öffnet uns den Weg zur neuen Stadt Jerusalem, in welcher er der himmlische Tempel ist. Er zeigt uns, wie wir den geöffneten Himmel sehen und jene gewahren können, die zum Menschensohn hinauf und von ihm wieder hinabsteigen. Siehe hierzu den Abschnitt Jesus größer als Jakob im vorliegenden Artikel, wo erklärt wird, dass Jesus Christus in Offenbarung 19, 11 das hohe himmlische Zentrum einer dreistufigen textlichen Treppe ist, auf welcher sich auf jeder Ebene jeweils zwei Engel befinden. Stufe Erde Offenbarung 17, 1 und 8 und Offenbarung 21, 9 und 10 Stufe Mittelhimmel Offenbarung 18, 1 und Offenbarung 20, 1 Stufe Himmel Offenbarung 18, 21 und Offenbarung 19, 17 und 18 Da Salomo hingegen den Weg zum irdischen Tempel der gegenwärtigen irdischen Stadt Babylon Jerusalem öffnet, ist er gewissermaßen ein Anti zum Christus. Salomo ist der Erbauer des An-Stadt-Tempels, der ein Anti-Bild der Gemeinde Gottes darstellt. Man sollte das zweifelhafte Zelt des An-Stadt-Christus nicht mit dem wahrhaften Zelt Gottes verwechseln. Die irdische Stadt Jerusalem ist nicht mit dem himmlischen Jerusalem identisch. Hierbei ist die auch von Wolfgang Einhardt vertretene These interessant, der Antichristus sei eine Reinkarnation Salomos. Der Autor führt für diese Annahme mehrere stichhaltige biblische Argumente ins Feld. Z.B. den Begriff Weisheit in Offenbarung 13, Vers 18 als ein auf Salomo hindeutendes Signalwort. Man beachte hierzu, dass kontrastparallele Weisheit ist hier in Lukas 11, 31, welches das Größere des Christus im Vergleich zu seinem Anti hervorhebt. Außerdem weist die Zahl 666 in 1. Könige 10, Vers 14 ebenfalls direkt auf Salomo hin. Salomo ist in Offenbarung 13, 18 der Mensch, dessen Zahl 666 ist. Das fälschlicherweise Davidsstern genannte zutiefst magische Hexagramm wird im Okkultismus als Siegel Salomos bezeichnet. Denn letzterer nutzte dieses Symbol in seiner verdorbenen Weisheit für okkulte Zwecke. Es ist anzunehmen, dass der in Apostelgeschichte 7, 43 erwähnte Stern Romphans Luther-Übersetzung Rephen andere Übersetzungen Rephan, Rephan oder Remphan eben dieser Davidstern ist, denn er ist der Stern des Gottes Israels, den sich das Volk gemäß Amos Kapitel 5, 26 selbst gemacht hat. Das durch den falschen Propheten von der irdischen Stadt Jerusalem herausgegebene Mahl des Tieres Offenbarung 13, Vers 17 ist sehr wahrscheinlich dieses Siegel Salomos, denn es trägt in seiner Bezeichnung den ursprünglichen Namen des reinkarnierten Antichristus und stellt die 666 dieses jagenden Tieres grafisch dar. 6 Eckpunkte, 6 kleine Dreiecke und 6 große Linien. Dieses Mahl des Drachen ist das Anti-Zeichen des Siegels des Lammes Gottes, das den 144.000 der himmlischen Stadt Jerusalem gegeben werden wird. Somit ist das Siegel Salomos das Mahl des Antichristus für Babylon. Wolfgang Einhardt weist darauf hin, dass die 6-stufige Treppe zum großen weißen Elfenbein-Thron Salomos ebenfalls auf die Identität des Antichristus hinweist, denn Salomo nahm auf der siebten, also heiligen Ebene, symbolisch die Stellung Gottes ein. Siehe hierzu zweiter Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3 und den großen weißen Thron Jesu in Offenbarung 20, Vers 11. Schließlich ist eins der wichtigsten Argumente für die hier vertretene These der Umstand, dass die Juden ihren Messias als Sohn Davids erwarten und Salomo ist der in seiner verdorbenen Weisheit gefallene Sohn Davids. Er ist das Wort wörtlich. Siehe hierzu Jesaja 14, die Verse 12 bis 14 und die den Salomo betreffenden Signalwörter Weise und Weisheit in Hesekiel 28, die Verse 2 bis 7 und Hesekiel 28, 12 und 17 Denn der Antichristus ist ein kluger, Verständiger der Rätsel. Daniel 8, 23 und 25 Wappnung, unter anderem militärische Aufrüstung, Pferde, Gold und Silber, Hesekiel 28, 4 sind gemäß erster Könige 10, 14 bis 28 und Daniel 11, 38 ebenfalls starke Indizien für die Richtigkeit der vorliegenden Identifizierung des Antichristus. Denn Salomo verstieß gegen das Königsgesetz aus 5. Mose 17, 16 und 17 Salomo fragte, Ist gewiss, dass Gott auf dem Erdland Sitz hat? Und das fleischgewordene Wort, das inmitten von uns Zelt hat, antwortet ihm, und die himmlische Stimme schreit, Gewahre das Zelt des Gottes mit den Menschen, und er hat Zelt mit ihnen. Offenbarung 21, Vers 3 Siehe hierzu das Verhalten des Antichristus in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 Jesus Christus ist wahrhaft größer als Salomo. 1. Könige 8, 27 Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, und wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Johannes 1, Vers 1, 14 In der Davar-Übersetzung Im Anfang war das Wort, und das Wort war zu dem Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und hatte Zelt inmitten von uns, und wir erschauten seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des Alleinig gewordenen seitens des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Offenbarung 21, Vers 3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und ich hörte ein Godfrey, und ich war das Zelt did, und vorhin sein, und sie werdenôn decret Vielen Dank.